Model, Schauspielerin und Sängerin – all diese Talente verkörpert Brigitte Nielsen in einer Person. Neben ihrer kreativen Tätigkeit ist sie aktuell wohl aber am liebsten Vollblutmama. Die 56-Jährige ist Mutter von fünf Kindern. Erst im Juni 2018 erblickt ihr jüngstes Familienmitglied das Licht der Welt, Sonnenschein Frieda. Die Kleine ist der ganze Stolz der sympathischen Blondine und ihrem Ehemann, Mattia Dessy. Das zeigt Brigitte auch immer wieder gerne auf Instagram. So wie auch mit dieser goldigen Aufnahme des Reality-Stars und seiner kleinen Maus. Brigitte und ihre Tochter posieren bewappnet mit Kuscheltieren in Friedas pinken Spielzeughaus für den Schnappschuss. Dabei fällt auf, dass der jüngste Nielsen-Spross mittlerweile ganz schön groß geworden ist. Mit süßen Löckchen, Zöpfen und goldigen Pausbacken posiert Frieda selbstsicher in ihrem pinken Haus. Da möchte man doch glatt selbst nochmal Kind sein. Auch die Fans der 56-Jährigen sind einfach hin und weg von dem goldigen Mutter-Tochter-Schnappschuss. Was für ein süßes Foto. So schön wie ihre Mutter. Und Zuckerpuppe sind nur einige der vielen begeisterten Kommentare. Das späte Mutterglück ist für die Ex-Frau von Hollywood-Star Sylvester Stallone wirklich etwas ganz Besonderes. Das unterstreicht auch dieser goldige Schnappschuss wieder einmal mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.